Mein Name ist Lea Schäfer und ich bin Simon Boch von Parkinson mit Lützebüch. Ich wollte euch heute weisen, den Hölisperson einem Parkinson betraffenden Mensch so wirksam wie mich euch helfen kann, abzusteuern. Es geht darum, klar Instruktionen zu gehen, mit einer verbalen, visuellen und akustischen Unterstützung und nicht am Platz von der Person zu machen. Stimmen wir ab. Dann fährst du das Bein. Drei. Drei auch. Dann kommen die Oberkippe und noch vier. Und da kommen noch vier Gewippen mit den ganzen Beinen. So, dann kannst du dir einen Döner machen. Und die anderen halt rein. Und da guckst du noch da, über die Schelle. Und dann machen wir eins, zwei, drei Hopp und möchtest ihn abgetest. Eins. Zwei. Drei. Ein. Hopp. Drei. 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 Untertitelung des ZDF, 2020